Wir spielen hier heute in 25 Minuten. Jorik Tuidi und ich. Jorik spielt wahrscheinlich was nicht so Gutes. Und wer ist überhaupt zuerst? Ich. Ich spiele erst mal das nicht so Gute. Und dann kommt das Beste zum Schluss. Ich zeichne hier Ende nächsten Monat mein Solo auf und darum bin ich ganz gespannt was ich mir hier noch so abgucken kann. Die benutzen Stühle, das ist schon mal interessant. Ein Katastrophendokumentar. Ja vielleicht, je nachdem wie es läuft. Kann ich jetzt schon mal liegen. Ein großer Teil meines Solos wird sein, dass wir das hier abbinden und ich über diesen Fahrstuhl, der jetzt gerade zu ist, das ist Realtalken Fahrstuhl, über den werde ich auf die Bühne gleiten. Also die Tür kann aufgesperrt sein und hier ist dann immer noch so eine Fahrstuhltür hinter, die man dann so aufstoßen kann und dann einfach so. Und genau das werde ich tun. Ein Pokémon wird gesucht. Jorik. Turtok? Ja. Ich dachte jetzt nur blauer Pullover und irgendwas auf dem Rücken. Turtok hat ja auch mal einen blauen Poker. Ja und einen Hocker auch auf dem Rücken. Super, super nacheliegend. Jorik. Mensch, Jorik. Das dumme Pokémon mit dem Hocker auf dem Rücken. Hockermont. Hockermont. Ari Mondragon. Für alle Doppel-Sechs-Hörer. Hockatsch, wie? Hockatsch, ja. Ja. Ja, was sagst du zum Doppel-Back-Kamp-Sex? Doppel-Back-Kamp-Sex. Ja, ich freue mich. Was sagst du zum Kamp-Sex zum Doppel-Sex? Ich freue mich, dass Doppel-Sex zurück ist, falls du das meinst. Doppel-Sex große Empfehlung für alle, die Fußball mögen und momentan die Scheiße von Tony Schmidt hören. Kleiner Spaß. Sind das Shots? Ne, kleiner Spaß. Aber Doppel-Sex ist schon ein paar liegen drüber, ne? Muss man sehen. Oh, oh, oh. Sind das sexuelle Handlungen, die da... Also, das in einem jugendfreien Kontext zu präsentieren, wird schwer für den Cutter. Oh, das ist ja... Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt geht's aber doch thematisch ganz schön zur Sache. Ja, ich sag mal so, mein Solo war... Die Aufzeigen war direkt voll, Jorik. Eigentlich ist ja alles gleich, bis auf, dass du dabei bist. Und hier ist es jetzt nicht so voll. Irgendwas hält die Leute vorm Kaufer an. Irgendwas hat die Faktor stört. Hallo, ich trage jetzt ein Haarband. Ich hab dich in der Linse. Du hast mich in der Linse. Ich hab dich auf dem Kieker, Junge. Ich hab dich auf dem Kiez gesehen. Das wäre eigentlich geil, wenn wir so ein Set machen, wo man immer so androht. Ja, ja. Ob ihr zusammen seid! Überleg nicht! Wollen wir gemeinsam Marvin ärgern? Ja. Wollen wir Marvin belästigen? Wollen wir das nicht? Wollen wir ein bisschen Marvin belästigen? Ja. Was arbeitest du? Woran arbeitest du? Was arbeitest du? Woran arbeiten Sie? Ich arbeite an meinem Set für das Hotel Imadina gleich. Nicht, dass wir das bei die besten Comedians Deutschland sind. Hier wird man niemals bei den besten Comedians Deutschland sein. So oder so. So weit wird es niemals kommen. Naja gut, aber das ist ja auch ein Qualitäts-Mack von uns. Dass wir uns nicht verkaufen. Solange keiner kaufen will. Wir bleiben Eisenhardt, solange es nicht die Möglichkeit gibt. Solange es kein Angebot gibt, werden wir da niemals mit. Nur ziehen wir an. Ich weiß nur, dass unsere Nightwash-Absage ja für einige Entrüstung gesorgt hat. Echt? Achso intern. Intern, darüber reden wir ja nicht. Also nicht intern bei uns, sondern intern bei denen. Nee, da verliere ich kein Wort. Ich weiß noch, wie ich ausgerastet bin, als ich gehört habe, dass du Nightwash abgesagt hast. Bist du dumm? Wie kann man die Chance mit dem durch Nightwash-Flema zu lernen? RTL 2 ist doch das Sprungbrett. Junge, sag mir eine Sache, die fresher ist als RTL 2. Mit Atze, früher. RTL 1? Haben wir schon erzählt, dass Sebo ein kranker Motherfucker ist? Oh ja, müssen wir machen. Sebo kann heute leider nicht. Sebo ist erkältet, meinte er. Ja, aber wir denken, er hat einfach nur keinen Bock auf uns. Das fiel mir gleich fest. Wir können ihn gleich mal anrufen. In letzter Zeit. Hier ist für euch der fantastische Joik Tiedel! Ich habe mich sehr chaotisch durch meinen Lebenslauf durchbewegt bis hierhin. Ein bisschen wie sich so ein Rasenmäheroboter über einen Rasen bewegt hat, habe ich mich so durch mein Leben bewegt vorher. Ich habe mich immer für irgendeine Richtung entschieden, bis es Widerstand gab. Aber ich war einfach so, okay, ich probiere es mit dem Abi. Ne, das wünsche ich überhaupt nichts. Das ist für mich, ich probiere momentan hinterher als Musiker. Oh nein! Das wär's dann von mir gewesen. Mein Name ist Joik Tiedel. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen Abend. Tschau! Hier ist für euch der fantastische Alex Stoltz! Einmal wurde ich so richtig toll umgegrätscht von meinem Gegenspieler. Und dann bin ich so aufgesprungen und meinte zum Schiri, ey Schiri, das ist doch gelb. Und dann meinte mein Gegenspieler so, ja, was machst du hier gerade? Gelb fordern oder was? Das ist auch gelb. Weiß nicht, ob ihr die Regel kennt, ist wirklich so, gelb fordern ist im Fußgau auch gelb. Und dann meinte ich, ja, und was machst du hier gerade vor? Gelb fordern oder was? Das ist auch gelb. Und dann meinte er, was versuchst du hier gerade? Gelb fordern. Ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern, weil ich ihn theoretisch den ganzen Abend durchziehen kann. Aber das Ding ist, ich brauche den später für einen besseren Witz noch. Mal gucken. Ganz oft sagen mir Leute zu Comedians einfach so, ey, erzähl mal einen Witz. Die sagen immer zu mir so, ey, sei mal lustig jetzt. Hau mal raus. Und dann sage ich halt immer so, ey, ich habe gerade keinen Bock mehr, lass mich einfach Ruhe. Und dann sagt, weißt du, ist der Veranstaltungsvieler und merke es an der Stelle ab. Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank euch. Sehr schöne Show. Sehr, sehr geil. Sehr schöne Show, sagt der Veranstalter. Wir werden mehr rausholen können, glaube ich. Stimmt durchaus, ja. Ich habe festgestellt, dass ich jetzt einen Opener brauche für meinen Haarreif-Look. Und den habe ich noch nicht. Und das hat mich ganz schön außer Fassung gebracht. Ich fand, wir waren beide nicht 100% im Element. Also, ich war so ein Autopilot ein bisschen. Ja, aber auch am Anfang. Das Ding war bei mir, meine Aussprache war unfassbar unscharf heute. Ne, also nicht so, ne, nicht so low energy, sondern so, also es war so. Ja, bei Recherchieren hast du einmal reserviert. Ja, mehrmals. Also, es war echt so, ich dachte die ganze Zeit so, ich bin nicht so schade. Was ist denn das hier für ein roter... Das ist eine sehr gute Frage, das werde ich jetzt herausfinden. Das sieht aus wie so, was man... Das hatte meine Oma früher mal so Lachs, aber so püriert für das Brot. Ich würde jetzt, du wirst mich jetzt zum Testen sehen. Ist auf jeden Fall Mayo drin. Aha. Da kann er gar nicht genug kriegen. Ne, ich will dir das mal geben, ja. Oh. Hm. Nö. Was ist das? Du machst mit Rote Beete und Mayo, glaube ich. Ja, es können echt einfach pürierte Rote Beete mit Mayo sein. Also, ich schmecke auch nichts anderes. Vielleicht esse ich noch, aber sonst... Ja, und Gewürz halt noch. Aber wo, für die Kartoffeln oder was? Hier fehlt mir jetzt Rote Beete mit Mayo. Ja, Leute dürfen nicht zu bequem sitzen. Das ist eigentlich fies bei Comedy. Aber wenn du zu bequem sitzt, lässt die Aufmerksamkeit Spreue nach. Ja. Mein Publikum wird ausschließlich in Massagesesseln. Die, die in so Einkaufszentren stehen. Die müssen auch so zwei Euro rein. Die müssen auch richtig laut sein. Ja, das ist das, hier ist für euch Marvin Hoffmann. Hallo. Hi. Wie geht's? Ja, ich bin Marvin. Ich bin ein angespannter Typ. Vielleicht gibt's sogar einen Typ, der merkt, weil ich gerade drüber rede, dass bei ihm was passiert. Und vielleicht geht der Typ jetzt von der Bühne, Leute. Das war's für mich. Das war's für mich. Herr Hoffmann, ich erachte das als höflich, sie beim Essen zu stören. Was ist denn ihr Fazit jetzt aus diesem Auftritt? Also, die Sachen, die immer funktioniert haben, haben wie immer funktioniert. Die neuen Sachen haben teilweise funktioniert. War schon so im Vergleich weniger stark. Und, äh, ich hab auch noch eine Sache nicht gemacht. Die hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Pillen. Hm. Ich fand, es war ein gutes Set, bis auf die eine Frau, die heute rausgelaufen ist. Was? Ja, da ist eine rausgelaufen, aber ich kann das nicht. Was? Die Frisur ist nicht so ganz Absicht. Äh, ich bin in der Welt, also, ich lasse mir gerade die Haare watschen. Und niemand hat mir gesagt, dass ich durch die Haare wachse, dass da irgendwann so ein Moment kommt, wo es, wenn es nicht, wo es immer über deinen Augen ist, quasi, aber noch nicht lang genug, um die Hände zuzuwenden, so jetzt sehe ich aus wie so jemand, der so sagen würde, so, hey, kannst du mal meinen TT bei der Tänzflas packen, oder? Ich kann das so. Ich kann das so krass. Ich wohne am Hauptbahnhof, da Leute rauchen den Cracken, das sind die Normalen, ne? Also, das ist wirklich, ich habe einmal einen Typen gesehen, der hat einfach Crack geraucht und dabei ein Kreuzhaut-Rätsel gelöst. Wie krass ist das bitte? Also, wirklich, wie extrem, unextrem kann man leben? Also, dass sich überhaupt die beiden Lebenswege begegnen. Von so Leuten, die Crack rauchen, aber auch noch so ein generelles Interesse am Rätsel-Spaß. Okay, das war's von mir, mein Name ist Georg Kiel. Ich würde euch gerne mal geben. Ich würde euch gerne mal geben. Ich würde euch gerne geben. Ich würde euch gerne, oder? Hi, Leute. Ihr bekommt vernünftig. Mit euch kann ich reden, Leute. Ich bin auch eher so eure Fraktion, also man findet das lustig und ist dann so mhm und dahinter ist halt immer so Oh, schön, ne, ne, ich find das sehr gut, du trägst die Stimmung voran, anders als andere Ja, dann hab ich Refa-Bahn gespielt und da können wir gern was einblenden Ja, was ist denn da so passiert? Da hab ich die richtig weggedisst Hast du Cord-Roll gemacht? Nö, aber die haben abgefuckt Ich komm da nie wieder hin Ich kann die Blicke spüren Ich spüre die Stiche Ja, da war so eine, die hat genervt Und dann hab ich mich auf die Bühne und hab die Na, gut, kann ich gleich noch erzählen, ich hab letztens kein Hoch bekommen Ja, merke mich daran, dass es mir passiert ist Ich hab mich was gefragt Dass die ja natürlich gerne hat Richtiges Gegeneinander Du warst auch im Raum geknallt, du hast einfach nur ein gutes Gefühl Und der Öl hat auch geknallt, hat richtig geknallt, weil die die auch alle gehasst haben Und es war halt so richtig dieses Fight für diejenigen Ich war letztens in der Polizeikontrolle Das lief nicht so gut Weil ich meinte meine größte Schwäche Sorry Ich war in der Polizeikontrolle Und ich hab so das Fenster runter gemacht Und ja, das war der Witz No Kommen wir zum nächsten Witz Ähm Danke fürs Eintritt Ich hatte letztens ein Bewerbungsgespräch Das lief nicht so gut Weil ich meinte meine größte Schwäche ist meine Ungeduld Und dann meinte der Typ so, ich hab noch gar nichts gefragt Und dann meinte ich hab ich den Job jetzt oder nicht Und dann Der war super Echt? Guten Abend Guten Abend Guten Abend Und dann Kurz mit Sebo. Telefonie Sebo... Faset Bist du dann halt kurz bis der Alex auf Toilette war Nein, nein Jooo Meister Willkommen im Vier-Feinde-Vlog Hallo Wie geht die dat? Guckst du Pornos noch parallel? Wie go die dat? Ach du bist im Bett Du kannst auch reden Junge Willst du sonst mit Zeichensprache sagen? Aha Du guckst Koya Goldstein Musik Das müsstest du mal mit dem Autofokus dann hoffentlich, dass du das mitkriegst Koya Goldstein, ist das eine Schlägerei zwischen jemand anderem Das ist so krass Wir filmen ein Video über ein Video-Anruf in einem Video Das ist der absolute Qualitätsverlust von Megapixel, die es überhaupt geben kann Ach schön Das sieht auch nach einem super Abend aus Hast du Freude bisher daran? Es geht Wieso? Das Kriminelle hat nichts gelernt und will nichts ändern Das sieht uns ja ähnlich Ja Und sonst? Kannst du noch irgendwas Content-mäßiges sagen damit die Leute unterhalten werden? Ja Ihr müsst alle für mich beten dass ich meine drei Solo-Shows nicht absagen muss weil meine Stimme gerade Richtung nicht existent sich bewegt Hört man Dann wird es nicht Das kann ich gar nicht hören eigentlich Ne? Hm? Dann wird es schwer mit den Solo-Shows? Ja unmöglich Also du hast ja jetzt schon das schon unmöglich und es wird ja gerade schlimmer als besser Was für Aber du hast ja noch Zeit ein bisschen Ja nee Ne Woche oder nicht? Fünf Tage Das wird nicht reichen Fünf? Also wenn ich Glück habe vielleicht So ausreicht Fünf Tage reichen ja wohl Hast du dieses Geno diese Tabletten? Ja habe ich aber das bringt alles nichts Ich nehme das auch schon die ganze Zeit Na dann wollen wir dir nicht zu viel abverlangen Meister Ja das wird schon Bisher ist es noch immer gerade geworden Viel Wasser viel frische Luft Frische Luft Geh mal raus Ist immer gut Ja wir beten alle Gute Besserung Auch dass du dein Solo spielen kannst Das Ja Sir Ja Fazit Fazit des Abends Fazit Erster Auftritt Kein geiles Feeling Zweiter Auftritt Extrem geiles Feeling Dritter Auftritt Okay geiles Feeling Insgesamt Gehe ich Da raus Wie ich reingegangen bin So was es schon mal Ein Erfolg ist Nicht zerbröckeln Nicht aufgebaut Ja Ja ich habe eigentlich Nichts Neues gelernt Also ich weiß halt Bei dem Bei dem neuen Ding Mit der Ampel Dass der Anfang Also die erste Hälfe Klappt super Und danach Wenn es ein Performance Mit wird Dann dröckelts Und dann Muss ich gucken Wie ich das Wie ich dann neue Sachen Reinschreibe Weil ich habe es jetzt Eigentlich so performt Wie ich es performen wollte Und das hat nicht geklatscht Okay So richtig Und deswegen Aber es hat er jetzt Auch nicht gebombt Nö Hat nicht gebombt Aber es war halt noch nicht Das kannst du ja nicht so lassen Nee 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 Das kannst du nicht so Nee nee Ich schon gar nicht Ich mit meinem Ruf Nee Du kannst das verspielen Ich könnte das nie Da ist immer mal was dabei Bei dir Wenn ich das so lassen würde War gut War gut Man sieht sich Und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Tschau